Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchela und heute bin ich wieder für euch in Battle for S.U.J. unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Kisten-Opening-Event basteln. Und zwar geht es mal wieder um eine Mythic-Plus-Kiste. Ich war letzte Woche wieder fleißig und habe quasi einen Elfer-Key gelaufen. Und dementsprechend müsste ich heute hoffentlich irgendwas cooles rausbekommen. Über eine gute Waffe würde ich mich freuen, beziehungsweise, ja, Trinke, Ringe, wäre schon eine schicke Geschichte. Vielleicht habe ich ja mal wieder so viel Luck, wie vor zwei, drei Wochen war das, glaube ich, wo ich hier eine 425er Hose mit Sockel rausgezogen habe. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Und, 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 oh, Hände. Will ich sie anschauen, sie sind hochgerollt, aber sie sind bestimmt nur irgendein Kack. Äh, 410, Tempo-Krit, äh, äh, die sind halt nicht gut. Die sind halt leider nicht gut, da habe ich halt schon bessere. Ich habe 415er mit Vermeidung drauf. Ja, okay. Das war eher enttäuschend, muss ich gestehen. Aber ich habe wieder ein bisschen Titan-Residium bekommen. Ich glaube, naja, ganz reicht es nicht. Ich glaube, 1,7 brauche ich und 1,4 habe ich jetzt. Vielleicht könnte ich noch irgendwas klein machen. Hier, ich habe letztens in der PvP noch ein paar Items gekriegt, die ich eventuell behalten wollte, beziehungsweise klein machen wollte. Aber das ist jetzt nicht so nice. So, dann schauen wir mal, was ich für einen Key habe. Ich habe einen 12er-Althalter, der ist so hoch, weil ich, glaube ich, die vorletzte Woche in 14er gelaufen bin. Dementsprechend hebt es noch ein bisschen nach und geht, glaube ich, nur um 1 runter, soweit ich da Bescheid war. So, das dissen wir gleich wieder, dass der Mist weg ist. Das brauche ich leider nicht. Schade, schade. War diese Woche leider nichts Berauschenes dabei, aber naja, vielleicht nächste Woche wieder. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen. Ich drücke euch die Daumen und ja, schreibt mir gerne, was ihr so bekommen habt. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.